und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuen fahrer stark zu zweitens weil wir sind in einer neuen season das wollte ich euch noch schnell zeigen bevor ich hier auf ranglistenspielen gibt's neue maps muss man da musste man hier muss man sich nicht aus wir sind frohes neues jahr jetzt noch mal von hier haben wir zu der letzten aufnahme ist ja schon besprochen aber übrigens hier ist quasi von der uhrzeit mäßig ist es zehn nach drei viertel vier ne ist fünf vor vier jetzt drei viertel vier mit einem allen drei viertel da weiß doch kein mensch was gemein ist doch wir haben viertel vor vier angefangen nein das kennt keiner die kommentare schreiben werden die shadowband bei youtube band dann weiß derjenige der gebannt ist gar nicht dass er gebannt ist es ist tatsächlich so das heißt du kannst du immer noch kommentare schreiben er kann kommentare schreiben die sieht nur keiner was ist das ein lied wir sind nämlich wieder in der neuen aufnahme zwischen hier mit vorrunde 25 heute ihr könnt wie immer in der beschreibung den link zur playlist einsehen und in diesem lied sind wir gerade bei dieser minute und und damit verfolgen was wir wollen gibt diesen sind in dieser aufnahme zwischen auf jeden fall ein lied was bei mir auf platz 1100 oder so ist was zyrock mit einer eins durchworten wird wo ich immer noch nicht weiß warum ich gespannt oder muss ja dann irgendwas sein wird genau da war ziemlich schreckliche heul ballade ist das hatten wir das nicht auch schon los hier barcode doch mal barcode terana jawolligen so ja wie bist du denn ins neue jahr gestartet hat sich irgendetwas verändert an der finanziellen situation oder noch nicht oder generell an deiner situation wir können das ausgebrochen und wieder zurück gebrochen also das ist die falsche ramzeug ja aber ich wolle da trotzdem was toll ich habe ja übermorgen meine nasen op da bin ich mal sehr gespannt ja danach wird es mir wohl nicht so gut gehen deshalb nehmen unter anderem heute auch noch auf wird das hier unter voll narkose stattfindet oder machst du das unter örtlicher betreffung ein voll narkose mit drei tage krankenhausaufenthalt mindestens ich kann schon verstehen ist blöd wenn man so ein nasiko ring hat das lied möchte ich das lied möchte ich nicht mehr hören das war nicht gut aber vielleicht den singenden pastor der gleich kommt meine er ist es er sieht so eins zu eins aus wie ein evangelischer pastor aber es muss auch ein evangelischer sein wie war das denn bei dir sagen es war sehr gut ich habe weihnachten gab es ja weihnachtsgeld habe ich natürlich wie man mich kennt habe ich das sehr bedacht überlegt ob ich mir davon jetzt wirklich etwas kaufen möchte weil ich bin ja kann der nergorix wahrscheinlich auch sagen ja so kennt er mich sehr überlegt der käufer also bevor das war das schon am 23 auszugeben obwohl das weihnachtsgeld gibt es ja ich weiß nicht woanders wir brauchen mehr mineralien und stuhl habe ich mir gehört dann habe ich gesehen steam macht ein steam deck mit oled display du hast du schon ein steam deck benutze ich das um die antwort voraus zu nehmen nein habe ich es trotzdem gekauft ja das heißt jetzt habe ich auch nicht so viel davon gekriegt ging aber auch hoch und runter auf dem markt wie man dazu kennt da aber so ein ähnliches lied wie jetzt wird es auch weiter wurden heute sage ich noch mal er ist schon besser dass was er weiter wurde das nehme ich auch zu aber es ist du wirst belästigt ansonsten hat natürlich die von scheiß saison begonnen hast du hast du geschrieben wieder formel 1 und da gab ein lied mit sarah kerrigan und in land schickt möglicherweise den windows 95 mann ins rennen das finde ich gut ja wieder aber wenn also wenn er es wird wird er wohl darunter nicht auftreten dürfen warum weil das facebook weil ralf siegels facebook song in social media song umbenannt werden musste also denke ich nicht dass windows 95 in ordnung geht ja gut moment dann kann ich aber verstehen weil facebook ist eingetragene marke von meter und windows auch das ist keine eingetragene marke von natürlich sind eingetragene marke aber nicht vom meter damals war es auch nicht von meter ist eine eingetragene marke von bill gates wir brauchen mehr mineralien also ich kann dich ja nur fragen wie heißt eigentlich die mutter von niki lauda aber glaube ich nicht dran und ein deutsches lied mit deutschem sänger dafür brauchen wir mehr mineralien stadt geflüster und dass das schatten mal der dute lied war gar nicht so meins ist ja die ist aber wieder leise das richtig habe die auch gerade schon lauter gestellt warum steht die ganze das macht mich wahnsinnig ich habe jetzt drei minuten lang ignoriert aber hier steht eine probe von dir irgendwann muss sie auch mal weg ziehen da ich weiß nicht was die da macht möchte bei dir sein ist ganz schön leise ich muss die immer mal lauter stellen ja ja ich bin supply block aber sie auch an monika hier jetzt schon keine versorgung mehr ich werde gescannt werde belästigt glaube ich werde gleich belästigt noch nicht aber bald bestimmt noch mit wirklich noch bauen das ist ja prinzipiell gar nicht so verkehrt damit du da geht es um einkaufstüten in dem lied double starport hat der jawohl ja dann hol doch deine tute wollen wir gleich mal nach vorne oder so also ich habe auch vielleicht weniger als meine aussage vermuten lässt aber das man tut das mal ist die tute kommt und wo ist die tut wir brauchen ja sie trifft da alles ist da habe ich keine angst aber da kann man nicht hoch mit dem vorspiel er ist natürlich parallel in meiner base unsere verbündeten werden angegriffen und gleich wie enforcement hätte es gerne zu mir in die base schicken ja kann ich naja es war ein job ich bin auf 84 supply gefangen quasi die tote fand ich von der message gut aber nicht vom song muss vielleicht auch mal die noten eintragen 333 es muss nun direkt mit island angefangen habe ich zu singen island l'etoile und die sohn falsch geschrieben aber es ist auch schwierig zu schreiben kann ich nachvollziehen ich bin schon wieder ein gerader äh ich bin äh protos wir brauchen mauszeiger weiß uns fehlen mineralien deutscher mauszeuger brauchen wir mehr mineralien aber es kommen heute auch gute lieder auch gute die du nicht weiter worten willst und es kommen schlechte leider schlechte die du weiter worten die ist also passiert einiges jetzt passiert was ja machen wir nicht uns fehlen mineralien umentschieden geht nicht dafür brauchen wir mehr aber wäre schon ganz gut ne uns fehlen mineralien mich zweimal umentschieden ist gut wir brauchen mehr mineralien aber ich möchte jetzt mal mit cyclones starten ich habe noch diese neuen cyclones cyclones sind ja cyclones sind ja wieder geil hat Nago rix gesagt das ist das beste cyclones ja also eigentlich sind cyclones so wie schlechte stalker inzwischen habe ich das Gefühl ist das gut wenn man schlechte stalker ist wir haben early game schon danach nicht mehr aber ich möchte das mal ausprobieren dann brauche ich vielleicht ein zweites gas ne äh cyclones sind äh wir haben ja indoor headspace help me see er ist auch mehr so der gejaule er ist mehr so der er fühlt aber ja das stimmt das ist ja noch das ist ja noch das ist ja schlimmeres gegammerer als als wimmer eddie ja aber das lied was nachher noch kommt auch und das wohnst du weiter ich weiß ja nicht was für ein lied naja komm oh gott ist das schief das gehört so ja er hat schief angefangen dann begradigt ja der schiefe Turm von Pisa in Musikform alter er fühlt sich ein bisschen zu sehr habe ich das Gefühl kannst du den Kollegen jetzt mal in Ruhe lassen der Füge normalerweise warst du immer Freund von Menschen die Lieder fühlen L'Etoile L'Etoile sind die Sterne oder? ich weiß ich kann ja nicht ich kann ja nichts ich kann ja nichts ich eigentlich auch nicht aber L'Etoile doch ich entweder Toilettenpapier oder die Sterne ich kann kein französisch ich weiß je m'appelle Maximilien kann ich also irgendwie killt mein erster Reaper gerade 5 Probes das ist doch gar nicht so schlecht warum musst du jetzt wieder alle schlecht reden jetzt ist ein Adept da muss ich jetzt mal hier weg nach 6 Kills Osnassabov wie würdest du die Situation einschätzen hat sich das gelohnt da nach vorne zu fahren ja aber wahrscheinlich sind wir parallel geproxied worden oder so BDF bereit Hellion Geige wir sind sehr begeistert von Geige hat man das Gefühl und Saxophon was ist das für eine Frisur die ich käme mich einfach gar nicht schmierdern 30 Kilo Gel auf die Haare wir brauchen mehr Mineralien wir brauchen mehr Mineralien ja der Gjormund weißt du hast du den getroffen letztens oder ich muss langsam meine Echse nehmen habe ich das Gefühl hab ich doch hab aber kein Geld ja ich es geht nicht immer nur alles um dich warum nicht da geht es mir besser wenn es um mich geht ohne mehr Versorgung gibt das nichts vor allem ist das dann toll wenn mir keiner widerspricht wir brauchen mehr Mineralien uns fehlen Mineralien so jetzt bau du dummes Ding jetzt bau du dummes Ding mit Ufta dieser Godi was mit Gotti du Mati und mit Gotti aber wenn man jetzt kein Geld hat um Einheiten zu bauen und denkt deshalb man baut lieber einen Reaktor das ist aber auch ein schlechtes Zeichen da hast du aber nicht so viel Geld nicht gut im Voraus geplant ne aber diese Cycles sind auch gar nicht so günstig ja diese Stalker auch nicht in der Gjormund oh da sind Proxys das ist tatsächlich Dark Stranger Proxy du hast gesehen äh nö da aber ich werde es gleich äh äh ich hab nicht so viele Scans leider aber ich scram ich spame jetzt welche auf das ist blöd weil der Immortal Hype durch ist bleib mal zuhause bleib mal zuhause und hol dir lieber Sachen äh er spielt Cyclones mach Full Wall schnell aber er wird droppen wahrscheinlich weil er dann eine Robo hat Prodo Booster auf jeden Fall den Observer hinterher zahlrock jetzt du musst du planen lockt ja das sieht es blöd wabadawabadawabadawabadawabadawabadaw ich hab ihn mordel das ist toll dabbdabdabbdabbdabbdabbdabbdabbdabbdabbdabb Du musst einmal zu mir rennen, bitte. Also ich habe die DTs rausgenommen, aber jetzt ist halt die normale Armee des Terranes drin. Da ist noch ein DT in meiner Main. Ja, natürlich. Wo ist der Observer hingeflogen, bitte? Ich habe kein Scan. Ich brauche einen Scan. Oder deinen Observer endlich mal. Wo ist dein Observer? Es kommt alles außer der Observer. Ich habe sehr wenig Worker, aber der ist raus. Oh, der ist schon wieder hier. Ich habe gerade gemühlt. Da ist er. Ich habe jetzt Observed. Warum ist der eine raus? I'm still alive. Das passt zu unserer Situation, dieses Lieds. Ja. Warum ist der eine raus? Ich versuche mal der Proxy da abzutütteln. Ja, gerne noch einen zweiten Observer abstellen und einfach round positionen irgendwo. Oh, da ist viel Cyclo. Die ist über 2. Ich glaube, du hast mehr Cyclo. Uns fehlen Mineralien. Ich muss halt eigentlich mühlen, aber ich kann mir das nicht erlauben. Wir brauchen mehr Mineralien. Nimm doch erst die Pilots eben raus, Cyro. Das könnte ein schönes Lied sein, aber es ist echt ein bisschen tief. Ich bin tief. Warum arbeitet er nicht mehr an Gas? Das finde ich ja schlecht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. I'm still alive. Das ist wirklich das Lied meiner Lebenssituation hier. Ja, aber ich frage mich halt, warum ist der eine rausgegangen? Ja, willst du das noch ein paar mal fragen? Das ist die Cyro greift die Rocks an, während du von einem DT verdichtet wirst. Also ich bin halt auch eigentlich tot, aber I'm still alive auch. Das war sehr mutig. Ich hieß, dass dann die Mortal auf die Dingens geht. Warte einfach ein bisschen. Ich komme doch jetzt zu dir mit meinen Anheiten. Ich habe halt nicht mal einen Starport, weil ich ein Hungertuch nage. I'm still alive. Moin. Ich habe hier schon mal geguckt, was er hat. Er hat... Sagt, der Reinforcements kommt auch mit. Du hast vorne bei dir eine Full-Wall, ne? Ja. Kannst kaum noch erwarten. Leider ja. I'm still alive. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir kommen nicht. Uns fehlen Mineralien. Ja, ich muss mal endlich wieder ein Depot bauen. Das heißt, ich nähere mich meinem ehemaligen Maximalstand. Ich frage mich immer noch, warum der eine raus ist. Es ist ja hier noch nichts passiert quasi. Wow, Christmas Day. Lass mal zu dem anderen gehen. Los, los, los. Wird gemacht. Könnte ja nichts sein, dass er uns jetzt gleich surrounded. Upgrades durchgeführt. Out for the music. Durchgeladen und endlich. Ja, hoch da. Nee, nicht wegrennen. Hoch da, habe ich gesagt. Hallo, Battlecruisers. Auch schön. Der andere kommt von hinten. Obacht. Wärmter bekämpfen am besten. Neue Battlecruisers hinterher. Also von der anderen Seite kommt der andere. Ja, der ist schon tot, der andere. Es sind aber relativ viele Battlecruisers. Kannst du den einen mit zwei Hitpoints vielleicht eben töten, Cyborg? Und dann musst du, glaube ich, einmal dich recallen oder so. Der Produs hat tausende Cannons gebaut. Jenny, Jenny. Wir sollten uns einfach nochmal aufbauen. Das hat nicht mehr gereicht. Der hat sich jetzt irgendwo hin teleportiert. Meine Natural hat er sich teleportiert. Unsere Kommando-Zentrale wurde ausgebaut. Ja. Turret for the win und blink auch. Kommt noch was? Warum hast du das nicht gebaut, meine Arbeiter-Trohne? Jenny, Jenny. Er ist damit mein Work-Account wieder resettet. Das nächste Mal in diesem Spiel. Wie würdest du die Situation denn einschätzen? Ist du immer tot wahrscheinlich? Also du solltest auf jeden Fall, wenn, gleich über diesen Weg attackieren. Meine Einschätzung. Ich brauche mehr Einheiten. Das ist meine Einschätzung. Wenn du Geld überhast, nehme ich, ne? Das war alles. Das ist jetzt blöd. Scheiße. Ich will das zurückgeben. Ja, danke. Bei dem Mineralien-Cluster gibt es nichts mehr zu tun. Los, los, los. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Uns fehlen Mineralien. BBS Einsatzbereit. Systeme nominal. Zyklon einsatzbereit. Jenny, Jenny. Bereit machen, Jungs. Hier, komm ich. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Also, das war auch alles bisher nix, ne? Nee, nee. Bisher ist es noch relativ überschaubar. Ja, aber das nächste, da bin ich zuversichtlich. Dass du zumindest einen kleinen Schmunzler übrig hast. Ob du den weiter wurdest, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall was zum Aufbessern. Predigwind. Nein, aber Cliff Richards. Das ist fast das gleiche. Dafür reicht die Energie. Upgrade durchgeführt. Es kann losgehen. In Celebrations. Wir brauchen mehr Mineralien. Das sagt mir so was. Naja, es ist auch so ein NDR 1, der sagst du, ein Klassiker, glaube ich. Äh, das ist, glaube ich, sogar... Kennst du diese, äh, äh, Geburtstags-Weihnachtskarten, die du so aufklappen kannst, wo dann... Ja, das ist durchaus möglich, das ist, das ist, weil es ist ja... Ich glaube, ich hatte mal eine, wo das, wie exakt dieses Lied dabei war. Ich will nicht sagen, dass ich mir sicher bin, da bin ich mir zu unsicher fühlen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Der Mineraliencluster, die mir dafür fehlt. Also vermutlich, kommst du mal bitte zu mir hier unten. Wobei, er ist jetzt... Vermutlich kostet Zelle. Ja, komm jetzt mal erst mal zu mir hier. Red Mars Air, ME sozusagen. Sag, könntest du mitverhalten bitte? Wo bin ich? Ja, ich hab das meiste verloren, aber du lebst ja noch gut. Und ich hab auch relativ viel rausgenommen, hab ich das Gefühl. Congratulations. Congratulations. Nicht da hoch zerhäugt, da sind 1000 Cannons. Ich kann es nicht mehr ändern. Aber zwar, congratulations, wir haben gewonnen. Congratulations. What the fuck? What the fuck? Was ein bisschen mehr nimmt mich. Ich habe eineinお願い. Always äh, dass ich nicht mehr nimmt. Ich bin leoch. I Glory. Ich bin Koffer.